guten morgen hallo und herzlich willkommen zu unserem live stream im android kurs ich hoffe sie können mich sehen und hören und wie immer zu anfangen wenn sie möchten schreiben sie auch kurz was in den chat rein sagen sie hallo und dann weiß ich dass sie da sind und wir können direkt loslegen kleiner hinweis direkt am anfang ich glaube dass die verbindung zwischen unserem discord und dem twitch chat immer noch nicht so richtig funktioniert also falls sie da aus dem discord heraus was in den chat rein posten gut möglich dass ich das nicht sehe verzeihen sie mir dann wenn ich vielleicht nicht alles von ihnen mitbekomme was haben wir heute vor ich würde gerne noch mal einen letzten zumindest einen letzten blick auf den aktuellen stand der to do liste werfen und gemeinsam mit ihnen noch mal diesen adapter mehr anschauen damit wir einmal gemeinsam diese verbindung zwischen unserer datenschicht und dem user interface und schritt für schritt angeschaut haben das heißt aber nicht dass das was eigentlich in dieser woche jetzt neu kommt nämlich datenbanken und die integration von dieser datenbank schicht in die anwendung komplett weg fällt ich würde dann einfach am montag in der früh ich habe schon angekündigt noch mal kurz mit ihnen gemeinsam im stream dann mich mit den inhalten beschäftigen aber heute noch mal vielleicht auch ein bisschen kürzer als sonst dieser gemeinsame blick auf diesen adapter damit wir das einmal auch gemeinsam uns angeschaut haben und sie dann hoffentlich noch ein bisschen besser als jetzt schon bescheid darüber wissen wie sie über dieses adapter konzept datenstrukturen innerhalb ihrer anwendung mit den entsprechenden user interface elementen verbinden können so dass das user interface immer den aktuellen zustand ihrer anwendung anzeigt das ist übrigens auch was was auch wenn wir uns das jetzt mit diesem array adapter und der list view anschauen nicht nur auf diese bereiche vom android framework beschränkt ist sondern dieses konzept davon dass sie eine datenstruktur haben ein user interface element dass diese inhalte anzeigen soll und dann eine adapter klasse die das beides miteinander verbindet möglichst so dass sie wenig damit zu tun haben das finden sie auch bei anderen bereichen vor allem dann bei solchen sachen zum beispiel wie dem recycler view was zwar nicht der ersatz für das list view ist aber in vielen fällen die bessere wahl tatsächlich wenn sie genau so ein konzept umsetzen möchten ich würde vorschlagen wir starten damit dass wir uns kurz anschauen was wir am letzten montag erreicht haben also wie unsere app moment ausschaut und dann überlegen wir uns kurz wie wir jetzt dieser adapter klasse innerhalb unserer anwendung konzipieren wo sich die eingliedert und dann würden wir auch direkt mit der implementierung loslegen wenn sie mitmachen möchten dann poste ich ihnen zur sicherheit noch mal kurz den link über den sie ein starter paket oder ein android studio projekt herunterladen können was im wesentlichen den stand vom letzten montag beinhaltet also wenn sie da jetzt mit programmieren möchten und nicht auf ihre eigenen lösung aufbauen möchten dann laden sie sich das doch einfach noch mal runter und schauen sie dann gemeinsam mit mir in den code hinein ich würde auch damit beginnen dass wir uns ganz kurz gemeinsam anschauen was wir am montag erreicht haben ton ist ein bisschen leise augenblick und besser jetzt kommen nicht zu viele umgebungsgeräusche mit aber wenn es zu sehr stört dann sagen sie einfach bescheid ok also schauen wir mal ganz kurz rein was wir im letzten stream gemacht haben wir wollen ja diese to do liste implementieren sie sehen recht schon so ein bisschen was von dem user interface wie das ganze ausschauen soll die elb ist also schon im emulator geladen und was wir in der letzten woche oder im letzten stream gemacht haben ist wir haben diesen task manager implementiert wir hatten eine vorgegebene klasse für unsere aufgaben aufgaben haben eine id eine beschreibung ein datum an dem sie erzeugt worden sind und ein state der state sein enum aus genau zwei verschiedenen werten also eine aufgabe kann entweder offen oder geschlossen sein und dann haben wir um diese klasse herum einen manager geschrieben der eine ganze liste ja kann man selber hochdrehen aber wenn es im signal schon ein bisschen zu leise ist und dann hilft das ja vielleicht auch nicht mehr also wenn wenn ich jetzt zu laut spreche da müssen die anderen das vielleicht noch mal mitteilen wir haben diese task manager klasse geschrieben die ist aufgebaut um so eine ist herum die ganz viele von diesen aufgaben verwaltet und wir haben im wesentlichen methoden implementiert die es uns erlauben in diesem task manager eine neue aufgabe zu erstellen wir haben methoden implementiert mit denen wir den zustand einer aufgabe die in diesem task manager verwaltet wird umschalten kann also von offen nach geschlossen und von geschlossen nach offen wir haben dafür zwei einstiegspunkte implementiert ich kann entweder sagen ich würde gerne die aufgabe an einer bestimmten position umschalten oder ich würde gerne die aufgabe mit einer bestimmten id umschalten intern wird das dann über eine methode geregelt die ein task objekt übergeben bekommt und je nachdem was deren zustand ist denen eben entsprechend zu offen oder zu geschlossen ändert wir haben da noch eine methode implementiert die uns eine kopie der aktuell in dem manager verwalteten aufgaben zurückgibt die kopie deshalb weil wir gerne am ende es erreichen möchten dass nur dieser task manager die einzige stelle in unserer anwendung ist die wirklich mit diesen eigentlichen aufgaben arbeiten kann also nur hier im task manager als single point of truth passiert irgendwas mit der datenschicht unserer anwendung und wenn wir diese daten irgendwo anders brauchen später im user interface damit die angezeigt werden dann arbeiten wir immer mit kopien und wenn sich die daten ändern kriegen die anderen schichten unserer anwendung eine neue kopie dieser inhalte damit die kommunikation nach außen funktioniert funktioniert oder damit die auf eine ganz bestimmte art und weise funktioniert haben wir dann noch dieses kleine listener interface implementiert das habe ich jetzt noch mal ein bisschen vereinfacht gegenüber dem was am montag hier stand wir sorgen einfach dafür dass immer wenn sich irgendwas im task manager ändert ein angeschlossener listener über den aufruf dieser methode hier darüber informiert wird heißt jedes mal wenn sich der status eine aufgabe ändert oder wenn wir eine neue aufgabe hinzugefügt haben wird der listener informiert über den aufruf dieser interface methode und der listen um den es geht der wird im konstruktor des task managers übergeben das ganze haben wir dann in unserer activity eingebaut wir haben eine activity den task manager als instanz variabel gehalten wir haben den instanziert über eine methode die in oncreate aufgerufen wird unsere activity selber ist ein entsprechender listener der dann auch die entsprechende methode umsetzt und im moment passiert folgendes wenn sich irgendwas im task manager tut wird einfach auf der konsole auf der log ausgabe ein kurzes string ausgegeben das ganze haben wir getestet indem wir nachdem wir den manager erstellt haben dann auch noch eine neue aufgabe angelegt haben das ist der aktuelle stand und was wir jetzt tun müssen ist diese datenschicht mit unserem user interface verbinden kurze frage wir haben letztes mal so ein kleines problem gehabt ganz am ende dass manche log ausgaben nicht nicht angezeigt worden sind haben sie das im discord gesehen was ich noch dazu geschrieben habe also dieser kleine bug oder feature wie auch immer man das beschreiben möchte dass wenn ich ein paar mal in android studio versuche den gleichen string zu loggen wir in manchen fällen nicht alles tatsächlich sehen was wir da glauben loggen zu wollen kurz mal ja nein in den chat reinschreiben ob sie sich das angeschaut haben was ich da geschrieben habe ok ich mache es mal ganz kurz die anderen können das ja vielleicht noch mal im discord nachlesen ich habe da auch ein paar links gesetzt es scheint wohl so zu sein dass android studio in dieser log ausgabe strings die genau gleich sind und aufeinander folgen nur bis zu einer gewissen sequenz anzeigt also wenn sie fünf mal den gleichen log string hintereinander ausgeben werden die nur zwei mal auftauchen und der rest geht unter das scheint irgendwie ein feature zu sein was man nicht selber konfigurieren kann es ist glaube ich sind wirklich grenzfälle in denen das vielleicht relevant sein könnte aber wenn sie selber mal so ein bisschen printlining betreiben und sich dann wundern warum sie vielleicht mal wenn sie genau den gleichen log string verwenden der dann tatsächlich nicht immer angezeigt wird in der log cat ausgabe dann denken sie daran dass ich ihnen das jetzt gesagt habe und das könnte einer der möglichen fälle sein als es irgendwie ein verhalten von android studio dass da gleich log strings eben wenn die in einer sequenz auftauchen also direkt hintereinander nicht alle angezeigt werden es gibt es in anderen log konsolen auch im browser ist es genauso im browser sieht man da nur gott sei dank dass mehrere der gleichen ausgaben aufeinander folgen über eine entsprechende numerische angabe das fehlt im android studio deshalb waren wir ein das ist ein feature von android studio das wir jetzt nicht beeinflussen können und falls sie das dann auch irgendwann mal verwirrt bei ihren eigenen logging bemühen dann denken sie daran lassen wir uns jetzt mal ganz kurz überlegen was wir heute machen müssen und vielleicht können wir versuchen das mal ganz kurz zu skizzieren was wir vorhaben wir haben jetzt diesen manager klasse der dies implementiert und die manager klasse die hat eine liste von ganz vielen task objekten das sind die daten innerhalb unserer anwendung und auf der anderen seite das sehen wir jetzt noch nicht aber haben wir unser user interface und in diesem user interface gibt es ein list view und in diesem list view sollen die aufgaben die in dem task manager aktuell drinstehen als user interface elemente angezeigt werden wir haben uns auch schon überlegt wie das ausschauen könnte es ist ja so ein bisschen auch schon vorgegeben in einem aufgaben text gewesen jede aufgabe hat einen einzelnen view innerhalb dieser list view der so zwei geteilt auf der linken seite steht steht die aufgaben beschreibung und auf der rechten seite steht das datum in uhrzeit oder in vielleicht irgendwie tag und monat je nachdem wie sie das machen möchten das heißt wir haben auf der linken seite unsere datenschicht auf der rechten seite haben wir unser user interface und das ist so eine einseitige geschichte erstmal das heißt das was hier aktuell ist soll im user interface angezeigt werden und jetzt müssen wir diese beiden ebenen miteinander in verbindung setzen und wir machen das indem wir eine adapter klasse schreiben ein array adapter in unserem fall aber es gibt noch mal in android eine ganze reihe von anderen user interface elementen die auf die gleiche art und weise mit solchen daten strukturen verbunden werden können was ist die aufgabe von dem adapter der steckt irgendwo zwischen diesen beiden komponenten das ist unser adapter und den füttern wir erstmal mit einer liste von task aufgaben das heißt der zustand von unserer anwendung der kommt nicht direkt in das user interface das heißt da besteht keine verbindung zwischen daten struktur und dem list view sondern wir sagen dem adapter hier ist deine liste von task objekten und den adapter den verknüpfen wir mit dem list view das heißt hier ist irgendwo eine direkte verbindung wenn sich irgendwas an dieser liste ändert die der adapter beinhaltet sagt er das dem list view also wir setzen im adapter neue informationen dann gibt es diese notify data set changed methode die man aufrufen kann und wenn das passiert dann wird das list view was mit dem adapter verbunden ist darüber informiert also der adapter sagt hallo meine daten haben sich geändert und dann sagt der list view gibt mir bitte views der list view möchte jetzt die informationen die in dem adapter drin sind im user interface anzeigen und dann in dieser etwas verkürzt dargestellten kommunikation antwortet der adapter mit ganz konkreten views nämlich mit diesen elementen hier oben die die aktuell im adapter gespeicherten daten da sind wir noch auf der ebene von diesen task objekten die gar nichts mit dem user interface zu tun haben in views umwandeln und dem angeschlossenen list view zurückgeben und damit wir das nicht immer selber alles irgendwie neu implementieren müssen gibt es eine vorgefertigte klassen und interfaces die das ganze miteinander kombinieren das heißt was wir machen ist wenn wir so eine adapter klasse implementieren jetzt in unserem fall bei dem sehr einfachen fall lassen wir die von einer vorgegebenen klasse nämlich dem every adapter erben dadurch stellen wir sicher dass dieser adapter über die richtigen methoden verfügt damit der list view bei bedarf sich die entsprechenden neuen views aus diesem adapter auslesen können und das ist dann unsere aufgabe was wir machen müssen wenn wir dieses konzept umsetzen ist es nicht die gesamte kommunikation zwischen adapter und list view neu implementieren sondern was wir machen müssen ist wir müssen die stellen in dem adapter überschreiben beziehungsweise selber implementieren die dann für unsere ganz konkreten daten die ganz konkreten views generieren die im user interface angezeigt werden also dieses ganze große drumherum wie kommunizieren die beiden komponenten miteinander wie kombinieren wir die was passiert eigentlich wenn diese data set data set changed methode aufgerufen wird das übernimmt alles das android system das weiß wie es ein adapter mit einem list view verbinden kann und verbinden soll und unsere aufgabe ist es dann für den ganz ganz konkreten anwendungsfall diese views aus dem adapter heraus zu geben die einen ganz bestimmten datensatz am ende im user interface anzeigen und damit das funktioniert sagt uns der list wie auch immer ich möchte nicht nur irgendwelche views haben sondern der ist so freundlich uns zu sagen view für position 1 oder view für position 2 das heißt der list wie sagt immer welchen view oder welchen datensatz er gerne darstellen möchte in form von so einer numerischen angabe und adapter kann dann nachschauen in der liste von aufgaben die er aktuell kennt an welcher stelle welche aufgabe drin ist und kann dann die informationen die in dieser aufgabe drin sind also zum beispiel die aufgaben beschreibung in unserem fall und das datum verwenden um diese beiden elemente von dem neuen view zu befüllen und dieses view mit den dann beinhalteten daten aus dem entsprechenden task objekt an den view weitergeben an den list view weitergeben das ist das was wir jetzt vorhaben zu implementieren und wir machen das so dass wir anfangen mit diesem adapter das ist das erste was wir tun wir implementieren den erstmal ein bisschen losgelöst von dem rest implementieren einen task adapter der diese aufgaben hat und wenn wir den fertig haben dann verknüpfen wir den mit dem list view der schon im user interface unserer anwendung vorhanden ist und dazu wechseln wir in unseren android studio modus und fangen mit der implementierung an so was ist das erste was wir machen müssen nachdem ich meinen maus cursor wieder gefunden habe so das erste was wir machen müssen ist wir müssen uns so einen adapter anlegen also der adapter den wir schreiben unser konkreter task list adapter der unsere task oder indirekten task manager mit unserem user interface verbindet das ist eine klasse die müssen wir schreiben damit wir sie instanziieren können und damit wir das objekt was dabei rauskommt mit der list view verbinden können und eine klasse muss irgendwo verortet sein wenn sie jetzt hier mal reinschauen das ist unser package wir haben hier so einen unterordner task in dem ist der task manager drin den wir implementiert haben und diese task klasse und das ist unsere datenschicht und auch wenn das jetzt super offensichtlich ist und sieht es vielleicht alle schon wissen sage ich es noch mal ganz explizit wir versuchen ja hier ein ganz bestimmtes konzept umzusetzen oder android zwingt uns auch so ein bisschen durch diese adapter adapter ein ganz bestimmtes konzept umzusetzen und das ist die trennung zwischen der datenschicht und dem user interface unserer anwendung und wir versuchen das auf allen ebenen die wir beim programmieren in irgendeiner art und weise verwenden umzusetzen das heißt wir machen das auf klassenebene einige klassen sind für das user interface zuständig einige für die daten wir machen das auf der ebene von vielleicht unserer architektur das heißt wir trennen diese beiden bereiche nicht nur durch klasse sondern auch vielleicht durch klassen sondern vielleicht auch durch bestimmte patterns also vielleicht irgendwie lose kopplung durch irgendwelche listener oder observer pattern und in java ist es dadurch dass wir klassen normalerweise in eigenen dateien implementieren eh schon fast gegeben wir machen das auch auf der ebene von unserem von unserer projektstruktur oder unserem dateisystem das heißt lange rede kurzer sinn wenn wir jetzt was neues implementieren und der adapter der hat ja was mit dem user interface zu tun dann versuchen wir das vielleicht auch innerhalb unseres projektes irgendwo zu trennen und ganz konkret würde ich jetzt ein neues package erstellen in meinem projekt das nenne ich mal ui und in diesem package erstelle ich mein adapter also versuchen sie dieses mentale modell was sie von ihrer anwendung haben das software design also welche klassen sie einsetzen um die funktionalität ihrer anwendung zu implementieren nicht nur auf dieser code ebene voneinander zu trennen indem sie sich überlegen welche aufgaben haben bestimmte klassen und wer erfüllt bestimmte funktionen innerhalb meiner anwendung sondern versuchen sie das immer auch auf dieser strukturellen ebene und meistens ist das dann die ebene des dateisystems umzusetzen das war jetzt wirklich lange rede für eigentlich ganz ganz wenig und deshalb zur sicherheit mal ganz kurz die frage das konzept von so packages und den möglichkeiten die die bieten innerhalb ihrer anwendungsstruktur zu schaffen das kennen sie schon oder und wenn sie jetzt mal in sich gehen und sich überlegen wie sauber sie das umsetzen haben sie das immer im hinterkopf wenn sie software schreiben wissen sie dass das eine gute idee ist denken sie immer daran neue klassen an den richtigen stellen hin zu packen oder versuchen sie das zumindest es kann ja sein dass sie es versuchen aber vielleicht noch die erfahrung fehlt aber ihnen ist bewusst dass das auch ein teil von von code qualität am ende ist okay das ist doch super aus protest das irgendwie anders machen würde ich vielleicht nicht unbedingt okay dann lassen sie uns mal unseren adapter schreiben ich erstelle neue java klasse und die nenne ich jetzt task list adapter weil das ist ein adapter für unsere task ist also von daher macht der name vielleicht sinn und ich mache als erstes diesen task list adapter durch diese klasse die wir schreiben zu einem richtigen adapter zu einem richtigen adapter der in diesem android ui system auch verwendet werden kann und das mache ich indem ich eine elternklasse definiere und zwar den array adapter jetzt kommt das erste wichtige was wir tun müssen wir sollten an dieser stelle dem android system da später diesen adapter verwendet sagen und auch uns selber wenn wir diesen code gestalten was für daten dieser ganz konkrete adapter an user interface elemente anbinden kann beziehungsweise zwischen was für daten und oder was für eine art von daten dieser adapter dann in den angeschlossenen views tatsächlich darstellen kann das machen wir dadurch dass diese klasse typisiert ist das heißt die ist abstrakt oder generisch er formuliert dieser array adapter als klasse von der wir jetzt erben der ist irgendwo im android betriebssystem im quellcode einmal definiert und anstatt zu sagen es gibt einen adapter für strings es gibt einen array adapter für vielleicht irgendwelche date objekte oder für task objekte ist dieser quellcode von dieser klasse so implementiert dass der mit beliebigen objekten funktionieren kann also mit objekten von beliebigen typen und wir stellen hier ein für was für typen wir unseren ganz konkreten adapter umsetzen möchten und das machen wir in unserem fall mit objekten für vom typen task importieren die notwendigen informationen und dann haben wir unseren adapter da sind jetzt einige fehler noch drin also deshalb auch diese rote unterkringelung die wir jetzt aber schritt für schritt aufheben werden ich werde jetzt mal versuchen nicht so viel code automatisch generieren zu lassen damit wir sehen wie dieser adapter so langsam entsteht aber das ist erstmal das was wir machen können wir erstellen unseren adapter wir lassen den von array adapter von dieser vorgegebenen klasse die das allgemeine verhalten von array adapter definiert erben wir sagen dass wir einen konkreten array adapter für task objekte das sind unsere aufgaben hier entwerfen wollen und importieren die notwendigen elemente das wichtigste was dieser adapter braucht ist eine liste von aufgaben das ist das was der am ende verwalten soll wir teilnehmen später immer mit wenn sich die aufgaben geändert haben oder geben dem neue varianten von dieser aufgaben liste aber der adapter braucht irgendwo eine liste die zumindest für ihn die aktuelle liste an aufgaben repräsentiert die dieser adapter an das angeschlossene view weitergeben muss und wenn ich eine liste von aufgaben haben möchte dann ist vielleicht die einfachste datenstruktur die einer er ist also ich stelle in meinem adapter eine instanz variabel vom typen er ist die task objekte beinhalten kann und da speicher ich dann möchte ich später die informationen rein speichern oder die aufgaben rein speichern die aktuell bei nachfrage eines views an diesen adapter nach außen gegeben werden sollen und damit das irgendwie funktioniert schreibe ich mir vielleicht gleich auch eine entsprechende setter methode set tasks die bekommt eine neue liste von aufgaben übergeben und in dieser methode mache ich nichts anderes als die aktuell gespeicherte liste meines adapters mit der neu übergeben zu überschreiben wenn sie sich das jetzt mal vorstellen dass unabhängig davon dass der adapter noch ganz ganz viele andere sachen machen muss aber das hier ist die stelle die wir immer aufrufen wenn sich die datengrundlage unserer anwendung geändert hat also wenn sich irgendwas im task manager letztendlich verändert hat dann werden wir dem adapter ein neues set an aufgaben übergeben und der adapter ist zu dem zeitpunkt mit irgendeinem list view verbunden und der list das list view möchte auch immer die aktuellen informationen anzeigen also wir haben so eine kette an komponenten die miteinander verbunden sind der task manager single point of tools für die datenschicht unserer anwendung gibt bei veränderungen ein neues set an der adapter weiter und an den adapter ist angeschlossen ein user interface element in unserem fall eine list view und die soll immer die aktuellsten informationen anzeigen können sich vorstellen was dann vielleicht in dieser set task methode noch fehlt also wir geben eine neue liste an aufgaben an den adapter weiter der speichert die in seiner liste beschreibt seine liste und jetzt müssen wir daran denken dass wir auch die angeschlossenen konstruktor fehlt auf jeden fall noch aber hier in dieser set task methode also wenn sie das mal als den moment betrachten wo der adapter ein neues set an daten bekommt das im user interface an in den angeschlossenen list views oder dem angeschlossenen list view angezeigt werden soll dann wenn sie sich schon bisher mit diesem adapter konzept befasst haben gäbe es hier eine sache die wir machen können um diese kette diese kommunikations kette zwischen task manager adapter und user interface zu vervollständigen und vielleicht schreibe ich einfach mal selber rein wir können an dieser stelle diese notify data set change methode aufrufen das ist die methode die auf dem adapter aufgerufen angeschlossenen list views das signal gibt oder angeschlossenen views insgesamt wenn wir dieses adapter konzept mal loslösen von von irgendwelchen konkreten views dass sich die daten innerhalb dieses adapters geändert haben und das haben sie ja wir haben hier die daten die der adapter verwaltet wir überschreiben diese liste mit irgendwas was neu von außen reingegeben wird und dann ist das für uns der moment wo wir sagen sollten okay die daten in dem adapter haben sich geändert jetzt informieren wir die angeschlossenen user interface element darüber das könnte man auch außerhalb machen also wir können auch diese methode zum beispiel in der activity aufrufen aber hier haben wir die stelle die information innerhalb des adapters aktualisiert und vielleicht ist das dann auch eine gute gelegenheit um die entsprechenden anderen elemente die angeschlossen sind über diese änderung zu informieren also deshalb hier an dieser stelle in dem moment wo wir dem adapter eine neue liste an aufgaben geben auch der hinweis an die angeschlossenen views hat sich was geändert ok dann bauen wir doch vielleicht den konstruktor der gerade schon angesprochen worden ist dass der gefehlt hat der kann vielleicht ganz einfach ausschauen da brauchen wir ein kontext wir können übrigens auch kurzer hinweis wenn sie irgendwie ich habe ja gerade gesagt wir schreiben das alles selber aber wenn sie nicht genau wissen wie vielleicht die konstruktoren von diesen vorgegebenen methoden funktionieren dann können sie natürlich auch mit dem funktionen von android studio arbeiten hier sehen wenn sie hier reingehen diese fehlermeldung es fehlt ein konstruktor wenn sie darauf klicken schlägt android studio vor was sie denn machen könnten um dieses problem innerhalb ihres kurz zu lösen dann können sie sich vielleicht einfach diesen einfachsten fall herausnehmen und den umsetzen also da automatisch einen entsprechenden konstruktor erzeugen und der würde dann überbegeben bekommen ein kontext activity kontext oder den application kontext und eine ressource für das standard layout das verwendet werden soll um dieses diesen diese views die aus dem adapter heraus gehen zu gestalten das normal ist ein check von dem android system das sicherstellt oder sicherstellen soll dass diese methode an der stelle nicht mit einem parameter aufgerufen wird der alles haben wir letzte mit der letzten sitzung schon mal kurz drüber gesprochen ich glaube dass wir das im lauf des semesters auch noch mal ein bisschen genauer anschauen sollten also wie gesagt das sind annotationen die die verwendung von dieser klasse steuern und um es ganz kurz zu sagen das soll dafür sorgen dass wir nicht innerhalb des konstruktors bestimmte night checks oder sowas durchführen müssen sondern dass das system für uns schon dafür sorgt dass dieser konstruktor gar nicht aufgerufen werden kann wenn irgendjemand versucht es mit einem parameter zu machen der an der stelle nah wäre ich würde den konstruktor ein kleines bisschen schlanker machen weil ich möchte eigentlich gar nicht irgendwie dieses default dieses diese diese möglichkeit geben dass ein layout für die user interface elemente die aus diesem adapter ausgegeben werden übergeben werden kann das soll gar nicht passieren nur der adapter weiß was er tatsächlich für einen für ein für ein layout für die einzelnen elemente verwenden soll und dementsprechend stellen wir jetzt hier vielleicht auch einfach nur den zufrieden indem wir irgendein layout vielleicht das was wir aus der letzten aufgabe schon kennen übergeben dann ist der adapter erstmal initialisiert der kriegt sein kontext den übergeben wir auf jeden fall in unsere eigene implementierung herein weil den braucht der adapter wir übergeben irgendein von diesen vorgefertigten layout es ist dieses view layout wo genau ein textview drin ist dann initialisieren wir erstmal diesen adapter über den aufruf des eltern konstruktors oder des geerbten konstruktors und wir werden aber das was dann in dem adapter gespeichert wird als diese standard layout niemals benutzen wir werden immer selber entscheiden in diesem adapter was wir ganz konkret für ein layout für die einzelnen views an bestimmten stellen verwenden ok also unser adapter wird initialisiert und wir haben eine möglichkeit dem neue informationen zu geben das ist jetzt noch nichts was irgendwie mit dem user interface zu tun hat und jetzt wird spannend es gibt nämlich in dem adapter zwei methoden die wir implementieren müssen damit später die list views mit diesem adapter kommunizieren können also sie erinnern sich der adapter der ist ja das bindeglied zwischen unseren daten also diese interest aus ein default wert für das layout ja genau also das hier verweist auf ein bestimmtes layout und dieser parameter der da übergeben werden kann der im standard konstruktor von dem adapter vorhanden ist der ermöglicht es ihnen zu sagen was für ein layout dieser adapter verwenden soll wenn sie das nicht selber anpassen diese ganze generierungsgeschichte für die einzelnen views also es quasi sie einen adapter nutzen möchten bei dem sie sich nicht selber darum kümmern möchten diese diese views und vielleicht auch unterschiedliche views aus dem adapter heraus zu geben ok aber genau das müssen wir machen oder genau das wollen wir machen wir wollen uns selber darum kümmern zu gestalten was für views aus diesem adapter ausgegeben werden und damit dann später der list view auch richtig mit unserem adapter kommunizieren kann müssen wir jetzt ein paar methoden überschreiben im wesentlichen zwei methoden wir müssen das ist die einfachste eine wir können eine methode überschreiben die heißt get count kurzer hinweis ich mache immer manchmal sachen von denen ich glaube dass sie die kennen aber vielleicht ist ihnen das noch nicht so bewusst sie wissen ja wenn sie in java von einer klasse erben dass sie methoden überschreiben können oder sie erinnern sich noch an das wintersemester wir können entweder die standard varianten der methoden verwenden die in der elternklasse definiert sind oder wir können methoden neu implementieren spezifizieren in der kind klasse oder in der unterklasse indem wir die überschreiben oder kennen sie als prinzip methoden überschreiben sagen sie mir mal ja nein in dem chat rein ist ja auch gut einfach mal ja sagen zu können und wir machen das indem wir die methode genauso wie sie in der elternklasse angelegt ist noch mal in die kind klasse reinschreiben also genau die gleiche signatur signatur ist die erste zeile von der methode ja doch das ist die signatur das heißt sichtbarkeitsbereich rückgabe name und dann die parameter liste und wenn sie eine methode überschreiben möchten in einer klasse dann tippen sie die ein und dann tippen sie ein public void ich verrate ihnen jetzt mal das ist ein dass die methode die ich jetzt meine get count heißt und die soll zurückgeben wie viele elemente in dieser datenstruktur aktuell oder wie viele daten dieser adapter aktuell gerade verwaltet also ganz blöd gesagt wie viele elemente sind in dieser liste drin damit der angeschlossene list view über den aufruf dieser methode nachfragen kann wie viele elemente es sich denn holen muss also der adapter hat eine möglichkeit nach außen zu kommunizieren wie viele datensätze er aktuell beinhaltet und das angeschlossene list view kann das aufrufen um herauszufinden wie viele views ist denn jetzt tatsächlich anfordern muss warum sage ich das weil wenn sie einfach anfangen zu schreiben in android studio und auch in intellij dann schlägt ihnen android studio hier dinge vor und das sind in der regel die methoden die in der basisklasse gegeben sind und die sie jetzt überschreiben können das heißt wenn sie wissen es gibt eine methode die heißt get count und die müssen sie überschreiben damit sie dieses verhalten von dem adapter anpassen können dann geben sie einfach nur get count ein und dann wird diese methode automatisch für sie generiert das ist dann besonders hilfreich wenn sie wissen es gibt eine bestimmte methode die muss sich überschreiben also ich weiß dass es in der elternklasse zum beispiel diese methode get count gibt und ich weiß auch was die tun soll nämlich nach außen kommunizieren wie viele einträge in dem datensatz den dieser adapter jetzt beinhaltet tatsächlich drin sind aber ich weiß vielleicht nicht genau wie die methode heißt nicht hundertprozentig ich weiß nicht mehr ganz genau wie die parameter sind die da vielleicht drin sind und dann können sie einfach anfangen die methode zu schreiben und dann müssen sie sich nicht die komplette signatur merken damit sie schnell programmieren können sondern es reicht sie wissen okay get count das war irgendwas was ich überschreiben muss in meinen eigenen adaptern ich fange mal an das einzutippen und schaue mir was android studio mir tatsächlich vorschlägt kriegen sie auch diese schöne annotation die noch mal ganz explizit darauf hinweist hier überschreiben wir gerade eine methode ist nicht unbedingt notwendig in java aber das schadet ja nicht die dort drin zu haben sehen wir selber auch direkt automatisch welche methoden wir ergänzt haben und welche wir nur überschrieben haben und an der stelle gebe ich jetzt einfach zurück wenn mich das listview fragt wie viele elemente in dem adapter verwaltet werden wie viele elemente aktuell in der liste drin sind also listview fragt später wie viele aufgaben sind aktuell in diesem adapter gespeichert und wir sagen zurück es sind so viele tasks aktuell verfügbar wie in dieser liste drinstehen das war der einfache fall also das ist relativ leicht zu implementieren und die methode nochmal verwendet der listview oder ruft der listview auf um herauszufinden wie viele elemente es denn anzeigen soll wenn das listview diese information hat also es weiß es muss zehn aufgaben anzeigen dann kommt der schwierige part und dann fragt das listview nämlich ich gebe mal bitte das view was ich benötige um die erste aufgabe darzustellen im user interface und wenn es das view bekommen hat fragt es nach der zweiten und der dritten und der vierten und jetzt müssen wir die methode überschreiben die genau das macht die auf anfrage von dem listview oder irgendeiner anderen komponente vom android betriebssystem genau den view zurück gibt den wir im user interface verwenden möchten um ein bestimmtes element aus dieser task liste darzustellen und die methode die heißt in get view auch die können wir automatisch erzeugen lassen und kriegen dann eine methode generiert die wir jetzt hier im inneren mit leben füllen können diese methode diese get view methode nutzen die listviews um uns zu sagen ich hätte gerne für diese position also für diese stelle innerhalb der datenstruktur oder innerhalb der user interface liste das passende view um den datensatz zu beschreiben der im adapter in der datenstruktur an dieser entsprechenden stelle gespeichert ist das listview sagt uns dann auch noch wo das ganze am ende im user interface angezeigt werden soll also sagt uns mehr oder weniger gibt mir den view für den datensatz an dieser position und der view den du da generiert der soll am ende als kind element von dieser view group also von dieser komplexeren vielleicht linear layout oder irgendeiner anderen komponente die mehrere andere user interface element beinhalten kann angezeigt werden das sind die informationen die uns das listview gibt und unsere aufgabe ist es jetzt ein view zurückgeben deshalb dieser rückgabetyp der genau diese anforderungen entspricht wir haben hier drinnen noch ein element nämlich ein view der als parameter übergeben wird und das liegt daran dass dieser listview das nicht nur einmal macht der fragt nicht nur einmal nach diesen views sondern macht das während unsere app aktiv ist zu mehreren zeitpunkten jedes mal wenn diese notify data set change methode von uns oder vielleicht passiert das irgendwann auch automatisch habe ich jetzt gar nicht im hinterkopf ob das nur explizit hier aufgerufen werden kann oder ob da vielleicht noch irgendwelche anderen internen vorgänge passieren aber jedes mal wenn dieser listview die meldung bekommt irgendwas hat sich getan dann wird dieser vorgang neu ausgeführt und der view oder das listview fordert neue views an und wenn jetzt für einen bestimmten datensatz schon einmal ein view von uns aus dem adapt herausgegeben worden ist dann liegt der hier an dieser stelle drin also der listview teilt uns mit ich habe ich möchte gerne für diese position neue daten haben und letztes mal als du mir für diese position daten gegeben hast hast du mir diesen view zurückgegeben damit können wir dann wenn wir das so implementieren möchten dafür sorgen dass wir nicht immer neue views erstellen müssen sondern dass wir gegebenenfalls auch in diesem view hier einfach die daten aktualisieren können wenn wir wissen es gibt ja schon ein user interface element das hat ein textview für die beschreibung der aufgabe und textview für das datum dann können wir den ja theoretisch wieder verwenden und einfach die inhalte anpassen unabhängig davon muss es jetzt unsere aufgabe sein hier in dieser methode diesen weg zu implementieren dass am ende ein view zurückkommt mit dem die liste hier arbeiten kann das erste was wir brauchen ist die aufgabe deren informationen wir jetzt im user interface anzeigen möchten wir holen uns die aus unserer liste zurück da raus indem wir die position verwenden die uns das aufrufen der list übergibt also wir sagen wir hätten gerne die aufgabe aus der list an genau dieser position damit wir diese informationen dann im user interface anzeigen können und ich mache es jetzt mal in einem in einer relativ einfachen variante und dann können wir noch zeit haben die gerne irgendwie ein bisschen erweitern um auch unterschiedliche typen von user interface elementen zu verwenden und vielleicht uns sogar auch mit diesem convert view zu beschäftigen aber ich würde jetzt eine einfache variante implementieren die jedes mal wenn wir diese methode aufrufen neues view erstellt nochmal der hinweis das ist keine gute idee aber an der stelle vielleicht um schritt für schritt aufzubauen die bessere wahl und ich mache das in einer separaten methode also ich lagere jetzt dieses erstellen von einem neuen view aus in eine separate methode die ist frei wird die brauche ich nur in diesem adapter und die gibt mir ein view zurück und die heißt inflate view for task warum heißt die inflate weil der vorgang aus einer xml datei in der wir das layout für diesen view definiert haben eine konkrete view zu machen also ein java objekt was dann ein tatsächliches user interface element beschreibt inflaten heißt und es gibt einen inflater oder ein layout inflater der genau diesen vorgang übernimmt aus einer xml datei einen konkreten view zu erzeugen sie erinnern sich diese xml datei die existiert schon ich hoffe sie erinnern sich wir haben die angelegt ich weiß gar nicht haben wir die angelegt helfen sie mir ganz kurz auf die auf die sprünge haben wir das im am montag gemacht so eine xml datei für die anzeige eines einzelnen aufgaben objekts zu erstellen haben wir nicht gemacht aber das ist was was sie ja auch in den übungen schon gemacht haben deshalb fasse ich das nur noch mal ganz kurz zusammen ich habe eine neue layout datei angelegt in der entsprechenden stelle meines projekts der einfache fall task list item da wird einfach eine allgemeine vorlage dafür erstellt wie so eine aufgabe innerhalb des user interfaces angezeigt werden soll in dieser in dieser datei habe ich ein linear layout definiert und dieses linear layout beinhaltet zwei text us da steht jetzt nichts drin deshalb kann man die auch so wunderbar schlecht hier drin erkennen zwei text us die nebeneinander angeordnet sind also auf einer horizontalen ebene der eine ein bisschen größer der andere ein bisschen kleiner in dem linken soll die aufgaben beschreibung angezeigt werden im rechten das datum an dem diese aufgabe erstellt worden ist das ist unsere vorlage in form von xml für einen einzelnen view der später hier in dieser liste angezeigt werden soll und dieses xml was ich hier definiert habe das verwende ich jetzt um in meinem adapter aus diesem xml den view zu erzeugen text end und view end den gibt es bestimmt weil sonst hätte man nicht die beiden optionen aber ich bin mir gerade ganz gar nicht sicher ob ich das aus dem stehgreif genau erklären kann ich könnte mir vorstellen dass bei dem text end das padding keine rolle spielt da kann ich ihnen jetzt kann ich ihnen tatsächlich nicht sagen was der unterschied zwischen text end und view end ist müssen sie vielleicht mal ausprobieren oder im idealfall in der in der android dokumentation anschauen aber das kann ich ihnen jetzt leider gar nicht sagen also sorry die xml attribute von android habe ich leider auch nicht alle auswendig im kopf aber wenn es den unterschied gibt zwischen diesen beiden dann oder wenn es diese beiden parameter gibt oder werte für die attribute wird es wahrscheinlich auch einen unterschied geben gute frage also ich werde mich danach noch mal mit bestimmt beschäftigen weil es mir sonst keine ruhe lässt und dann schreibe ich ihnen im discord eine antwort jetzt würde ich aber gerne diese diese xml dateien ganz unabhängig davon wie wir den text da drin ausrichten richten verwenden um in meinem adapter aus dieser xml datei den view zu erzeugen weil das ist die aufgabe von dem adapter der soll am ende richtige views raus geben und deshalb müssen wir aus diesen xml dateien diesen dieses konkrete view objekt erstellen inflaten was ich dazu brauche ist in dieser methode vielleicht eine ressource oder eine id welche xml datei ich verwenden möchte nennen wir die mal layout id und weil ich wenn ich einen neuen l ein neues element erstellen möchte ein neues user interface element dieses eltern element brauche also letztendlich den ort brauche wo das innerhalb des user interface elements dann später eingeordnet wird zumindestens hier bei dem was wir jetzt machen übergebe ich auch als zweiten parameter eine view group an diese methode nämlich das eltern element und sie sehen vielleicht schon das ist irgendwas was hier als parameter übergeben wird diese methode werden wir hier in dem geld in der get view methode später aufrufen hier passiert eigentlich jetzt relativ wenig es wird jetzt gleich kompliziert ausschauen der code aber das einzige was wir jetzt an dieser stelle machen ist wir holen uns die komponente des android systems die diesen inflate prozess für uns organisieren kann also wir sorgen dafür dass wir einen solchen layout inflater haben und dem sagen wir einfach nur gib mir bitte ein neues view auf basis von dieser ressourcen id das ist alles was jetzt passiert schaut am ende ein bisschen komplizierter aus aber das ist alles was wir machen müssen brauchen als erstes den layout inflater den speichern wir an der stelle mal in einer lokalen variabel dann wird es ein bisschen übersichtlicher und jetzt geht's los wir haben ja hier oben an unseren adapter den kontext übergeben also in welche applikation in welche activity wird dieser adapter gesetzt und das ist wichtig weil wir jetzt nämlich an anderen stellen von unserem adapter auf diesen kontext zugreifen können wir können sagen gib mir bitte den kontext der beim erstellen von diesem adapter übergeben worden ist damit hat der adapter eine möglichkeit bestimmte stellen unserer anwendung oder des android betriebssystems zu nutzen die auf dieser ebene eigentlich nicht zugänglich wären und wir können aus diesem kontext verschiedene dienste referenzieren also irgendwelche komponenten innerhalb des android betriebssystems die bestimmte funktionalitäten für uns und für unsere anwendungen bereitstellen und das was wir gerne hätten wäre der layout inflater service also der dienst der aus einer xml datei letztendlich eine ein view tatsächlich macht und der wird über diese konstante hier das ist ein ich glaube integer wird wieder ein object also irgendwie anders geartete die möglichkeit davon beschrieben also das hier ist der verweis auf den inflater service und wir holen uns den über den kontext über diese get system service methode da kommt irgendwie ein beliebiger dienst wahrscheinlich raus ein beliebiges object kommt da raus und deshalb müssen wir das noch casten können uns relativ sicher sein dass das ein layout inflater am ende ist und über diesen relativ komplizierten aufruf holen wir uns den inflater den wir brauchen um aus der xml datei den view zu erzeugen also der kontext wo findet das ganze statt wird am anfang an den konstruktor von dem adapter übergeben über die geld system service methode holen wir uns bestimmte dienste die das android die android plattform uns bereitstellt in unsere app konkret den dienst der layouts inflaten kann und wenn wir den haben diesen inflater dann können wir den benutzen um auf dem die inflate methode passenderweise heißt die so aufzurufen der wir sagen welches layout wir gerne in ein view umgewandelt haben wollen das ist in unserem fall die layout id die wir als parameter übergeben da noch welche welches eltern element verwendet werden soll und das war es dann tatsächlich auch schon ich schaue mal ganz kurz ob ich irgendwas über gästen gegeben habe das müsste eigentlich so funktionieren also wir holen uns den inflater der diesen vorgang übernehmen kann aus einer xml datei ein view zu machen und dann benutzen wir die inflate methode die der bereitstellt um aus einer übergebenen id die auf eine xml datei verweist das eigentliche view zu erzeugen eltern element ist im wesentlichen die stelle innerhalb des user interfaces an die später dieses element eingebunden werden soll also sie erinnern sich haben wir glaube ich letzte woche in den vorlesungs folien gesehen wenn ich mich nicht ganz täusche dass das ui ja so hierarchisch aufgebaut ist in android so ein bisschen wie in html und elemente können teil von einem übergeordneten eltern element sein das sind zum beispiel diese layouts also hier dieses linear layout das ist so eine view group und die beinhaltet zwei weitere text views also hierarchische struktur wir haben hier in den user interface element augenblick und dieses user interface element ist komplex aufgebaut aus zwei weiteren elementen und von diesem text view ist dieses übergeordnete linear layout das eltern element oder parent das haben sie ganz häufig schon benutzt wenn sie in diesen attributen irgendwas gemacht haben und wo der parent begriff drin stand also zum beispiel bei der größe der match parent das bezieht sich dann immer auf das andere user interface element von dem das aktuelle element element ein teil ist also das ist der verweis oder das bedeutet dann immer dieses parent an der stelle ein hierarchisches user interface die elemente stehen nicht für sich sondern die sind in der regel teil von einem übergeordneten element und hier verweisen wir auf dieses übergeordnete element in das unser neues element eingegliedert werden soll diese methode hier die können wir jetzt aufrufen um uns an dieser stelle wir machen das jetzt wirklich jedes mal obwohl wir das behalten sie das im hinterkopf am später anders tun sollten ein neues user interface element zu holen wir sagen wir hätten gerne ein user interface element für für eine xml datei oder basierend auf einer xml datei die wir selber definiert haben task list item müssen wir das glaube ich noch importieren und wir sagen du sollst nicht nur aus dieser xml datei ein user interface element machen sondern das soll verortet werden an dieser stelle im existierenden user interface also jedes mal wenn irgendjemand ein view von diesem adapter anfordert erstellen wir ein neues view nochmal ganz wichtig das ist nicht toll aber wir machen das jetzt der einfachheit halber mal wir haben jetzt unseren task also die aufgabe die im user interface dargestellt werden soll an der position die relevant ist und wir haben einen neuen view in dem diese informationen dargestellt werden soll dieses view ist leer also sie sehen ja hier nichts wenn ich mir das ganze im design anschaue also da ist nichts drin in diesen beiden text views der text ist leer das text attribut ist leer das soll aber was angezeigt werden und was da angezeigt werden soll ist die description eigenschaft von unserem task objekt und das create created at date das heißt wenn wir jetzt den leeren view haben müssen wir die informationen von diesem element in diesen view eintragen und auch das können wir in eine methode auslagern schreiben eine methode private void und die nenne ich jetzt muss ich kurz überlegen vielleicht sowas bind task to view also wir übertragen die eigenschaften von einem task objekt in ein view objekt und dazu übergeben wir einen task und wir übergeben ein view objekt und was wir jetzt machen ist wir holen uns aus diesem view objekt was wir hier oben über diesen inflater service geladen haben oder erzeugt haben die beiden text views die für uns relevant sind und tragen in diese text views die inhalte ein die aktuell in diesem task objekt gespeichert sind also hier machen wir das was eigentlich der ganze kern von von dieser von dieser übung ist oder von dieser geschichte ist wir verknüpfen ein user interface element mit einem objekt was aus der datenschicht unserer anwendung kommt also hier werden diese beiden ebenen unserer anwendung miteinander verbunden und dann haben wir ein user interface element was zumindest zu diesem zeitpunkt den zustand einer eines elements unserer datenschicht repräsentiert weil die eigenschaften aus diesem task objekt in dem view eingetragen sind und das geben wir dann an den list view der das ganze dann anzeigen kann das was jetzt hier passiert ist das was sie in den letzten wochen schon ganz häufig gemacht haben sie erstellen sich lokale variablen task description importieren die klassen für ein text view und sie erinnern sich dass wir immer diese find view bei id methode aufgerufen haben wenn wir in einer activity ein bestimmtes user interface element repräsentieren wollten die gibt es jetzt natürlich nicht wir sind nicht in einer activity aber diese find view bei id methode die gibt es auch auf den einzelnen views also views können ja komplexer sein die können andere reviews beinhalten das habe ich ihnen gerade gezeigt dieses am view group prinzip und wir können jetzt bei einem existierenden view nachschauen ob es bestimmte kind elemente gibt und das funktioniert genauso wie wir das auch an der in der activity gemacht haben wir können auf die id zugreifen die wir hier in diesem layout vorgegeben haben sind unserem fall list item description für das text view in dem der beschreibungstext angezeigt wird und list item creation date für das text view in dem das datum angezeigt wird diese beiden views können wir aus dem gerade eben erstellten view referenzieren wir haben uns ja ein view erstellt was diese struktur hat die durch dieses linear layout angegeben worden ist das passiert in dieser methode diesen neuen view übergeben wir gleich an diese beiden task to view methode und dann fischen wir uns aus diesem neuen view die beiden views raus die für uns relevant sind task creation date vielleicht noch beides mal mit der find view by abd methode a.id.list item creation date und wenn wir dann diese beiden stellen in dem neuen view identifiziert haben wo wir die informationen aus dem task objekt reinschreiben sollen dann können wir das auch genauso machen task description set text und wir lesen uns aus unserem task die aufgaben beschreibung die da aktuell drin steht aus und das gleiche machen wir auch für das task creation date set text und da bin ich jetzt mal ganz kurz faul und hole mir einfach dieses datum als string das werden sie gleich sehen dass das nicht so toll ausschaut das sollten wir noch ein bisschen schöner formatieren aber erstmal ist das das grundsätzliche prinzip wir nehmen den neuen view wir holen uns in diesem view die stellen die zur anzeige der daten notwendig sind und wir packen dort die inhalte rein die aktuell in dem task objekt gespeichert sind die oder das jetzt im user interface angezeigt werden soll und damit kann ich jetzt hier an dieser stelle wenn ich ein task objekt habe und meinen leeren view die informationen übertragen sag jetzt bitte füge dieses task in diesen view ein und das ergebnis davon gebe ich als ergebnis dieser methode zurück ich schreibe mal hier ganz groß hin also hier müssen wir auf jeden fall noch mal ran genauso hier an dieser stelle auch mal ein to do rein format date for better display also das sind zwei stellen die wir mindestens schon mal später überarbeiten müssen hier kommt irgendwas raus wahrscheinlich so einen utc string der ewig lang ist bestimmt nicht das was wir haben wollen und hier erzeugen wir jedes mal einen neuen view und wir berücksichtigen noch nicht die unterschiedliche darstellung von offenen und geschlossenen tasks es kriegt jetzt das list jo immer die gleiche ansicht und immer einen neuen view wenn das hier angefragt wird aber wir können damit schon mal ausprobieren ob das vom prinzip her funktioniert wir können nämlich jetzt diesen adapter den wir implementiert haben und der zumindest die wesentlichen dinge schon mal umsetzt mit unserem list view verbinden lassen sie uns das mal ausprobieren wir schauen mal ganz kurz in das layout was für die main activity verwendet wird und da sehen sie dass hier so ein list view auch auftaucht der ist hier in der mitte angezeigt und das können wir jetzt in unserer activity referenzieren und wir können diesem diesem list für jetzt den adapter geben den oder den mit dem adapter verknüpfen den wir gerade eben erstellt haben lassen wir uns das mal ausprobieren wie das funktioniert ich wechsle jetzt in meine activity in der ich im moment nur diesen task manager habe ich versuche jetzt den irgendwie mit meinem user interface zu verbinden und in der indian methode die habe ich hier schon geschrieben hole ich mir als erstes mal den list view den ich am ende benutzen möchte um diese informationen im user interface anzuzeigen nenne ich task list und sie erinnern sich find view bei id haben wir gerade darüber gesprochen funktioniert in der activity ein bisschen leichter weil wir die einfach so aufrufen können die methode und ich verrate ihnen mal das task list die id für genau dieses element ist importieren wir dann brauchen wir den task adapter den wir gerade erstellt haben und den würde ich als instanz variabel abspeichern weil wir den ein paar mehr stellen benötigen also ich lege eine instanz variabel fest task list adapter oder task adapter vielleicht ein bisschen weniger zu schreiben und in diese variabel die ich hier oben angelegt habe initialisiere ich einen neuen task adapter wenn ich auch das user interface im initialisieren das heißt hier wird ein neuer task list adapter erstellt sie erinnern sich der braucht irgendwie einen kontext könnten wir sowas reinschreiben wie sie ist oder kann auch den application kontext auslesen über diese methode völlig egal also irgendwas was kontext beinhaltet also was zugriff auf diese zum beispiel system services gibt die der adapter benötigt können wir hier als parameter übergeben ich glaube wir haben sonst immer das mit diesem sys gemacht deshalb würde ich es jetzt mal an der stelle kurz zu lassen jetzt haben wir einen adapter und wir haben ein listview und sie wissen schon wie man die beide miteinander verbindet denn genau das was wir jetzt mit unserem speziellen adapter machen den wir selber implementiert haben haben wir in der letzten woche schon mit den vorgegebenen adaptern gemacht das heißt wir nehmen uns hier unsere task list und wir nehmen in dieser task list die methode set adapter und sagen dass die listview mit dem von uns erstellten task adapter kommunizieren soll wenn hier an der stelle irgendwelche änderungen oder anzeigen im user interface notwendig sind also wir verknüpfen unsere task list mit dem eben erstellten adapter jetzt müssen wir dafür sorgen dass immer wenn sich irgendwas an unserer datenbasis ändert das heißt wenn unser adapter neue informationen bekommen soll wir müssen dafür sorgen dass wenn sich unsere inhalte ändern wenn sich der task manager ändert das auch an den adapter weitergegeben wird und wir haben ja hier schon diese callback methode die wir am montag implementiert haben die uns immer informiert wenn sich irgendwas im task manager tut also immer wenn im task manager irgendwelche daten verändert werden oder neu hinzugefügt werden wird diese callback methodischen aufgerufen und die können wir jetzt nutzen um an der stelle unserem task adapter neue aufgaben zu geben also wir überschreiben die inhalte die in dem task adapter gespeichert sind jedes mal dann wenn sich im task manager was ändert und wir nutzen dafür die methode die uns eine kopie der aktuellen inhalte aus dem task manager raus gibt jedes mal wenn wir an dieser stelle diese diese information bekommen im task manager hat sich was getan holen wir uns eine kopie von den aktuellen inhalten die im task manager gespeichert sind und wir übergeben die an den adapter wenn wir das machen kriegt der adapter seine neue liste und informiert die angeschlossenen user interface elemente dass sich was getan hat und die holen sich dann über die verwendung von diesen beiden methoden die neuen inhalte die angezeigt werden ich würde an der stelle vielleicht nur zur sicherheit noch mal ganz kurz nicht ob das wirklich notwendig ist aber diese er liste vielleicht auch mal initialisieren anfangs mit einer leeren liste damit wir dazu kein damit das dazu kein problem kommt das im konstruktor von dem adapter vielleicht noch mal diese liste initialisieren wäre vielleicht keine schlechte idee also würde ich an ihrer stelle noch mal ergänzen ok jetzt müssen wir dafür sorgen dass wir das ausprobieren können und ich würde dafür vielleicht den klick auf diesen button gerne noch abfangen damit ich wenn auf diesen button geklickt wird mir anschauen kann was die nutzer nutzerin hier reingeschrieben haben im task manager dann mit dem inhalt einen neuen eintrag anlegen kann und dann hoffentlich automatisiert weil wir das ja hier in diesem callback schon implementiert haben die informationen oder die tatsache dass sich dann eine neue aufgabe im task manager befindet auch im list view angezeigt werden sollte also probieren wir das vielleicht noch mal aus gemeinsam ich referenziere diesen button und der heißt glaube ich auch input button einfach nur dem auf dem registriere ich einen neuen onclick listener und wir erstellen vielleicht eine eigene methode private void das soll auf dieses element und add task from ui vielleicht könnte man die so nennen die rufe hier auf jedes mal wenn auf diesen button geklickt wird und der einfachheit halber holen wir uns jetzt hier an dieser stelle das text u in dem die aktuelle aufgabe gespeichert ist das soll auf dieses element hier verweisen das ist input text glaube ich hoffentlich habe ich das richtig im kopf sonst kriegen wir gleich ein paar fehler aber ich glaube das müsste so funktionieren wenn sie das vorgegebene layout verwenden dass dieses element dieser id hat wir holen uns das dann schauen wir vielleicht was da drin steht string current description ist gleich task description get text to string sie erinnern sich an vielen fällen wenn sie an diese inhalte kommen möchten immer noch dass du string ergänzen damit sie einen richtigen string und nicht dieses char objekt zurückbekommen und vielleicht machen wir eine kleine fehlerkontrolle wir sagen wenn hier drin mindestens ein zeichen drin ist also wenn die nutzer nutzerinnen hier auch wirklich was eingetippt haben und da nicht irgendwie ein leerer string drin ist also wenn die länge dieses eingabe strings größer als null ist dann nimm dir den task manager und erzeuge eine neue Aufgabe also das ist jetzt das letzte puzzle teil um diese interaktion innerhalb unserer anwendung und das hinzufügen das anzeigen von neuen tasks abzuschließen wir klicken hier drauf wir machen ein bisschen fehlerkontrolle wenn das alles passt fügen wir im task manager eine neue aufgabe hinzu da passiert im hintergrund was wir werden informiert dass sich wenn diese neue aufgabe eingetragen worden ist der zustand unseres managers geändert hat und wir sagen dem adapter bescheid der adapter kriegt jetzt eine neue kopie neues set an daten übergeben speichert sich das sagt dem angeschlossenen list view bescheid meine daten haben sich geändert das list für fragt wie viele daten hast du denn jetzt und mit dieser information oder aufbauend auf dieser information wird eine bestimmte anzahl mal diese geld view methode aufgerufen und für jeden aufruf geben wir einen neuen view zurück der eines dieser elemente aus der list repräsentiert und die description und das creation date beinhaltet und drücken sie die daumen dass das halbwegs funktioniert das funktioniert nicht natürlich nicht das müssen wir wieder ein bisschen die baggen set task schauen wir mal wo der fehler ist wenn sie schon irgendwo drauf kommen dann sagen sie bescheid der task adapter scheint nicht initialisiert zu sein moment task adapter sehen sie wo der fehler ist ich weiß nicht ob sie sehen ich verrate sie mal schnell wir haben hier diese in der task methode die wird aufgerufen bevor das user interface implementiert wird und wir erzeugen in dieser in der task methode nicht nur den task manager sondern ich habe diese test methode noch drin das heißt bevor wir das user interface initialisieren wird schon der erste task erstellt das heißt wir geraten schon das erste mal in diese callback methode und hier drin greifen wir auf den adapter zu also diese methode wird indirekt durch diesen call hier aufgerufen und da wir erst danach das user interface initialisieren funktioniert das natürlich nicht weil dieser adapter noch nicht initialisiert ist also klassischer fehler irgendwie davon dass man auf der einen seite die methoden hier falsch angeordnet hat und was noch viel schlimmer ist solche debug sachen nicht ausgelöscht hat wir wollen ja nicht irgendwelche aufgaben einfügen sondern wir wollen nur die aufgaben einfügen die durch das user interface generiert werden deshalb nehmen wir das mal raus und drücken noch mal die daumen und starten die anwendung schaut schon besser aus und jetzt probiere ich mal aus was passiert wenn ich hier einen task eingebe dann stürzt unsere app wieder ab nächster fehler den wir fixen müssen wo sind wir dieses mal rausgekommen das ist aber ein sehr interessanter fehler also irgendwas funktioniert bei dem inflaten von unserem layout nicht das heißt da müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen braucht der adapter nicht mehr parameter schauen wir mal wir haben ja hier eigentlich diesen konstruktor geschrieben der uns das abnimmt lassen sie uns mal schauen was was hier das problem ist also hier brauchen wir glaube ich noch einen parameter ich probiere es mal ganz kurz aus ob das so funktioniert und danach erkläre ich ihnen hoffentlich ob das das problem gelöst hat also nochmal wir geben hier ok jetzt funktioniert es hier habe ich ein parameter vergessen bei dieser inflate methode also kurz alle zusammen kommen wir sind an der stelle wo wir task im adapter haben und wo das listview neue views dafür anfordern möchte wir haben dafür diesen inflater beantragt der aus der xml datei eine entsprechende ein entsprechendes view objekt erzeugt und wir haben hier ein parameter vergessen der dafür sorgt dass dieses element in dem wir das auf fort setzen noch nicht automatisch glaube ich ins user interface integriert wird fragen sie mich jetzt nicht genau nach den details aber dieser parameter hat einfach gefehlt für die art und weise wie wir das jetzt implementieren möchten und dementsprechend ist unsere anwendung dann an dieser stelle abgestürzt also wenn wir das jetzt einfach mal kurz akzeptieren dass wir diesen parameter brauchen können wir zumindest nachvollziehen dass jetzt dieser weg der daten innerhalb unseres unserer kleinen anwendung dann auch sein ziel gefunden hat nämlich das user interface also nochmal ich drücke hier auf den button dann wird geschaut ob in diesem textfeld was drinsteht wenn ja wird im task manager eine neue aufgabe erstellt dadurch dass die neue aufgabe erstellt wird wird unsere activity darüber informiert dass sich im task manager was getan hat der task manager ermöglicht uns eine aktuelle kopie der aufgaben auszulesen die geben wir an den adapter weiter damit er seine intern verwalteten daten aktualisieren kann und wenn er damit fertig ist informiert er den angeschlossenen list view dass sich der datensatz geändert hat und der list view fordert dann neue views an dieser stelle an um diesen neuen zustand der in dem adapter jetzt herrscht dann im user interface auch anzuzeigen damit haben wir über den adapter die user interface ebene und die datenebene also list view auf der einen task manager auf der anderen seite unserer app miteinander verbunden vielleicht können wir an der stelle noch mal ganz kurz schauen dass wir was könnten wir jetzt vielleicht noch gut machen wir können vielleicht uns noch in den letzten zehn minuten anschauen wie wir diese beiden unterschiedlichen zustände von den aufgaben hin und her schalten können also wie können wir dafür sorgen dass wenn können wir erstmal dafür sorgen dass die nutzer und nutzerinnen möglichkeit haben hier irgendwie zu sagen ich habe diese aufgabe erledigt und wie können wir dann als folge daraus sagen dass erledigte aufgaben anders dargestellt werden sollen als die aufgaben die noch nicht erledigt sind der erste schritt ist kurz erstmal bevor ich da jetzt mit weitermache ist dieses konzept von den adaptern jetzt mal auf dieser einfachen ebene ein bisschen klarer geworden dadurch dass ich das jetzt nochmal ihnen gezeigt habe also verstehen sie jetzt halbwegs sicher warum wir solche adapter einsetzen und welche funktion dieser adapter erfüllen und dritte sache die vielleicht nicht schlecht wäre wie sie selber dieser adapter umsetzen und implementieren können um diese aufgaben zu erfüllen also die richtigen views für die richtigen daten an das angeschlossene user interface element weitergeben machen sie vielleicht einfach irgendwie mal kurz im chat ein ja nein ob das jetzt alles vielleicht ein bisschen klarer geworden ist ok dann würde ich jetzt tatsächlich damit wir diese funktionskette innerhalb der anwendung diese interaktionskette voll vollständigt haben gerne noch in den letzten minuten versuchen dieses umschalten zu implementieren wird aber an der stelle noch einen kleinen hinweis geben versuchen sie mal diese diese variante von der anwendung mit dem task manager diesem adapter vielleicht auch selber nochmal sich mit ihrem eigenen lösungsansatz anzuschauen weil wir werden nämlich in der nächsten woche und eigentlich dann heute mittag wenn wir in die nächste übungsaufgabe freischalten diesen stand oder einen ähnlichen stand zu dem was wir jetzt implementiert haben nutzen um dann auch die datenbank schicht rein zu packen das heißt wir haben dann am ende unser user interface das user interface ist mit einem adapter verbunden der adapter stellt immer den aktuellen zustand für das user interface bereit also die aufgabenliste die aufgabenliste wird im task manager gespeichert also das ist der single point of truth für unsere anwendung wo unsere aktuelle aufgabenliste gepflegt und verwaltet wird und dann werden wir noch innerhalb dieses task managers eine datenbank integrieren damit wir den zustand der in diesem task manager gespeichert ist dann auch dauerhaft in die anwendung oder in der anwendung bereitstellen wenn die vielleicht mal beendet wird und neu gestartet wird und wenn sie das was wir heute gemacht haben halbwegs verstanden haben dann wird es ihnen in der übungsaufgabe sehr sehr leicht fallen weil sie dann nämlich aus runter scrollen gerne ich scroll gerne runter weil sie dann nämlich ausgehend von dieser fertigen lösung diese neue komponente nämlich die datenbank integrieren können in ihrer anwendung und an diesem eigentlichen ablauf der interaktion innerhalb der anwendung gar nichts mehr anpassen müssen also sie werden dann sehen hoffentlich dass diese neue funktion wir wollen die aufgabenliste persistieren tatsächlich nur eine ergänzung zu diesem existierenden konzept ist ok aber jetzt vielleicht noch damit wir eine halbwegs funktionierende app haben die möglichkeit hier diese elemente auch als markiert oder als gelöst zu markieren und dazu müssen wir zwei sachen machen wir müssen erstmal irgendwie herausfinden dass auf so einen element dass mit so einem element interagiert worden ist und als reaktion darauf dass ich jetzt hier zum beispiel lange draufklicke oder kurz draufklicke müssen wir das datenelement im task manager das durch diesen eintrag repräsentiert ist ändern und wenn sich im task manager entsprechend die inhalte geändert haben dann das ganze auch passend in der liste anzeigen ich mache mal hier vielleicht eine extra methode wir machen das jetzt einfach mal in dieser init ui methode und akzeptieren dass die jetzt ein bisschen länger wird das können wir dann ja später noch vielleicht refactoren ich nehme jetzt diese task liste das ist der list view den sie hier sehen und ich registriere auf dem ein on item long click listener der und den erzeuge ich hier an dieser stelle wird ausgeführt wenn die nutzer und nutzerinnen lange auf einen dieser einträge draufpressen und das ist jetzt für uns die interaktion die wir verwenden um diesen zustand hin und her zu schalten das ist nicht die form der interaktion die man heutzutage in android apps dafür verwendet aber da gibt es andere möglichkeiten wie sie mit listen interagieren und den zustand von listen eintragen ändern sie kennen vielleicht dieses swiping nach links und rechts das ist das was man an der stelle wahrscheinlich verwenden würde wenn man den zustand verändern möchte aber dieses long click ist für uns eine einfache möglichkeit interaktion hier auf diesen elementen abzufangen diese methode wird jedes mal ausgelöst wenn einer dieser einträge länger mit dem finger berührt wird also wenn wir da länger drauf touchen und was wir zurückbekommen ist welchen eintrag wir an dieser stelle angeklickt haben also 0 1 2 3 und so weiter und diese information die können wir nutzen um im task manager den zustand von dem objekt zu ändern das wir an dieser stelle hier angeklickt haben sie wissen ja die ganze übung war eigentlich wir haben eine datenstruktur und wir stellen diese datenstruktur im user interface da das heißt es gibt eine verbindung zwischen diesen beiden komponenten und wenn wir jetzt im user interface ein element anklicken können wir auch den weg wieder zurückgehen wir schauen uns an welches element angeklickt worden ist wo steht das in der liste wir fischen das raus versuchen jetzt also vom user interface element zu dem eigentlichen datenelement wieder zu kommen glücklicherweise haben wir genau diese methode schon implementiert wir haben eine methode implementiert wo wir dem manager sagen können bitte schaltet das element an dieser position um also wechselt den zustand von der aufgabe die sich in der list an dieser stelle befindet nach geschlossen wenn sie aktuell offen ist oder nach offen wenn sie aktuell geschlossen ist genau diese methode nutzen wir jetzt in unserer activity um an dieser stelle dem task manager eben den auftrag zu geben das äquivalent zu dem user interface element das hier angeklickt worden ist in der datenschicht zu ändern und wir können dann am ende zu zurückgeben dieses truder falls ist ein zeichen für das android betriebssystem ob wir wenn wir hier diesen long klick abgefangen haben sagen wollen dass diese interaktion des nutzers und der nutzerin beendet worden ist oder ob es vielleicht noch irgendwelche anderen system interaktionen gibt die auch über den long klick ausgelöst werden und die jetzt weiter mit diesem ereignis arbeiten können in unserer anwendung sind wir die einzigen die sich für diesen long klick interessieren da soll gar nichts irgendwie systemweit passieren und deshalb sagen wir nachdem wir diesen event verarbeitet haben war es das und wir sind die einzigen die diesen long klick auf diesen listelementen verarbeiten sollen ok wenn wir das jetzt ausführen dann hoffe ich mal dass wenn wir hier was eingeben java lernen und vielleicht android lernen und ich jetzt lange draufklicken dass die app nicht abstürzt das ist gut und das heißt für mich dass wahrscheinlich das funktioniert und der zustand der aufgabe sich hier auch tatsächlich ändert problem ist wir sehen das nicht also sehen hier ich kann da drauf und dran klicken aber wirklich ändern tut sich nichts was sich ändert ist die reihenfolge weil wir jedes mal wenn eine neue liste angefordert wird das sehen sie ja hier wir diese aufgaben nach bestimmten kriterien sortieren also die reihenfolge ändert sich schon mal je nachdem welche aufgabe geschlossen oder offen ist aber wir sehen nicht wirklichen unterschied ich habe vorbereitet ein zweites layout mit dem wir views generieren können die eine abgeschlossene aufgabe darstellen sollen und da sind die farben ein bisschen anders da sind die texte ausgegraut und was wir jetzt im adapter machen können ist wir können an der stelle wo wir uns überlegen welchen view wir nach außen geben also welchen view geben wir dem list view für einen bestimmten task uns erst anschauen in was für einem zustand dieser task ist das heißt wir können vielleicht davon ausgehen dass der normalerweise offen ist aber bevor wir jetzt diesen view verwenden um diese aufgabe dann anzuzeigen und die inhalte aus dem task objekt in dem user interface einzufügen können wir vorher vielleicht noch mal schauen ist denn dieser task nicht vielleicht als geschlossen markiert und das ist die falsche methode ist dieser task nicht vielleicht geschlossen und wenn wir jetzt gerade eben an dieser stelle auf eine aufgabe zugreifen aus unserer l ist die eben nicht mehr offen ist sondern die im vorfeld schon geschlossen worden ist dann geben wir nicht mehr diesen standard view zurück sondern dann erzeugen wir einen neuen view also überschreiben den inhalt und anstatt dass wir dieses standard layout verwenden verwenden wir dieses alternative layout was ich vorbereitet habe in dem die texte ein bisschen ausgegraut sind das heißt dieser stelle schauen wir uns die daten an und wir wählen die passende darstellung für den zustand dieser daten zu diesem zeitpunkt der rest ist dann wieder gleich egal welches views ist wir binden die inhalte aus dem task objekt daran und geben das zurück damit die list für das dann darstellen kann es funktioniert deshalb weil in diesen beiden layout dateien die jeweiligen text views die gleiche id haben also das sind wirklich nur attribute die sich ändern für die farbe die struktur und der aufbau von diesen layout dateien ist aber der gleiche grundsätzliche idee hier die man auch noch ausbauen könnte und sollte wir schauen uns den zustand des objektes an und wir entscheiden jetzt innerhalb unseres adapters welche form der darstellung im user interface für diesen aktuellen zustand des views die richtige ist dass jetzt noch mal ausführen und hier zwei aufgaben eingebe java lernen und android lernen und dann sage java habe ich schon gelernt dann sehen wir dass wir irgendwo einen kleinen fehler haben was unsere logik angeht als hier der falsche task als markiert als gelöst angeboten wird aber das würde ich mich dann da würde ich mich dann noch darum kümmern um diesen kleinen bug aber sie sehen dass es zumindest zwei verschiedene möglichkeiten gibt diese elemente dann tatsächlich zu darzustellen und auch wenn das jetzt an der stelle vielleicht noch einen kleinen bug hat entschuldigen sie das jetzt irgendwie heute so viele bugs sich im code eingeschlichen haben weiß auch nicht genau was da heute los ist ich vermute aber mal dass es daran liegt wo wir diese aufgaben wo wir diese aufgaben sortieren beziehungsweise in welcher form wir den adapter reinschreiben also ich habe eine idee und würde ihnen wie immer dann noch so ein kleines update im discord schreiben unabhängig davon sehen sie das prinzip was dahinter steckt wir haben zwei verschiedene darstellungsformen die durch zwei verschiedene layouts angegeben sind und wir entscheiden uns jetzt an diesem fall in diesem fall zwar nicht auf die richtige art und weise aber nach dem richtigen prinzip dafür dass wir in abhängigkeit von dem was in unserem objekt gerade drin steht also was das für einen zustand hat einen anderen view auswählen das sollte es jetzt aber tatsächlich erstmal gewesen sein ich danke ihnen für ihre aufmerksamkeit ich hoffe ein paar dinge sind klarer geworden und es sind nicht zu viele dinge unklarer geworden und durch diese leichte konfusion durch die bugs am ende ich schaue mir das gleich noch mal an und wird ihnen dann heute oder vielleicht irgendwann am wochenende noch ein gutes update im discord posten was da jetzt genau schief gelaufen ist vielleicht haben sie ja selber auch schon ideen und sie können sich ja auch ich muss ihnen eigentlich gar kein update geben sie können sich ja auch den lösungsansatz anschauen den wir bereitgestellt haben da finden sie dann auch die funktionierende variante von dem was wir hier implementiert haben jetzt würde ich aber dann aufhören und würde noch mal daran erinnern wenn sie lust haben am montag in der früh auch noch mal ein bisschen android zu programmieren oder mit mir gemeinsam zu programmieren dann schauen sie einfach vorbei wenn sie das nicht wollen oder wenn sie keine zeit haben kein problem ich würde wieder die sachen aufzeichnen wie immer und dann auch zeitnah so dass sie sich direkt am montag irgendwann auch die aufzeichnung anschauen können in dem ilyas kurs die aufzeichnung bereitstellen wünsche ihnen jetzt aber erst mal dann schönes wochenende und wir sehen uns irgendwann nächste woche wenn sie möchten am montag oder sonst am freitag oder zwischendurch vielleicht in einer der übungen haben sie eine schöne zeit und auf wiedersehen so so ja